Hey, die haben einen vorbeien Loser-Dance. Und du hast keinen Loser-Dance, oder was? Nee. Oh, der eine sagt, Stani, pro Kill, 1 Franken. Boah, krass. Dann werde ich jetzt 100 Franken hier rücken. Oh. Stani, äh, was soll ich jetzt sagen? Was wäre, wenn Renny Get Raider wieder reinkommt? Wird nicht passieren, aber dann werde ich traurig. Von der Skala 1 bis 10. Jungs, lass mal hier landen, lass mal hier links landen, bei dem Dings hier. Bei diesem Dard-Ding? Bei diesem Monument da, was ich beziehe, genau hier. Kann ich markieren. Direkt vor mir das Ding. Meine Skin-Kombi ist so krass, einfach diesen Pferd hingegleitet und diesen Skin. Oh mein Gott, hier oben auf diesem Berg sind drei Kisten. Dann lande ich hier. Dann bin ich schon mal gelandet. Und ich habe direkt alles, was man braucht. Äh, außer eine Funk-Kart. Schade. Dann hast du ja doch nicht alles. Ey, nein, dieser Berg ist rutschig. Hör bitte auf, nein. Und ich, ach, ich hasse Rutschbeerle. Bist du down? Ja, hier ist einer down. Die sind alle hier vorne. Oh, ich habe eine neue Kiste gefunden. Oh mein Gott. Ich habe eine neue Kiste gefunden. Wie, zeigst du uns? Lüge oder was? Ja. Oh mein Gott, ich habe eine neue mythische Chest gefunden. LoL. Er stand ihm, wir werden hier von Squat gepusht, ne? Ja, warte, ich komme. Ja, ich komme auch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Leute. Mach SkyWay! Ich komme hoch. Wir spielen null Bound. Ich komme hoch. SkyWay wird ruhig. Da ist noch einer. Ja, oder? Hat es hüpft. es wohne es wohne es wohne es wohne wollen wir hier noch mal bauen modus aber skybase spielen mit skybase bauen können hier ist wieder so ein monument auf einmal 20 leute sind gespawnt alle streams naja ich brauche nur eine pump dann wo ich helfe euch mal Ich muss sagen, diese exclusive Waffe, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Gibt es da irgendwo einen Grappler oder so einen zweiten? Boah, man kann sogar zwei Dinger Grappeln, man kann zwischen zwei Bäumen Grappeln, mit zwei... Boah, das ist echt geil gemacht. Ich muss sagen, dieser Grappler ist schon sehr gefährlich. Geil. Erstmal gucken, ob hier Minis sind. Ich hab auch Grappler, ich hab sogar nicht mehr, ich hab alle Waffen, die mythischen, alle. Was? Selbst dieses Sturmgewehr? Ja. Was? Finski, ich glaube, du erzählst nicht die Wahrheit. Er nimmt mir... Dave Knight? Was? Das wagst du nicht. Was? Dave Knight, nimm mir die Waffe weg. Keiner mit. Ich hab gar keine Waffen. Die Waffen hat hier... Ey, du hast wie eine Hand schuld. Ich hab nur nicht gesagt, aber das ist keine Waffe. Ja, das war meine, die hab ich gefunden. Ja, okay. Finski, wer ist besser in Fortnite? Dapen oder Stani? Ähm... Schau mal auf die Kills. Ja... Kommt drauf an. Oh mein Gott, Bro! Junge! Kommt drauf an. Okay, landier. Der Brody-Buff ist schon echt crazy. Also sag ehrlich, Leute. Demix, bitte nicht spammen, sonst wirst du gebannt. So, dann wollen wir jetzt hier mal ein bisschen schwingen. Schwing dich rüber zu uns, Finski. Guck mal, ob da hilft, was ich habe. Finski, ich hab's dir gerade gegeben, das Item, ne? Ja. Ey, das Ding geht so schnell kaputt, das regt mich auf. Ja, das ist echt doof, das weiß ich auch nicht, dass das so schnell down geht. Ich find's ein bisschen zu übertrieben. Es war schon geil und stark, aber äh, das ist schon, geht schon echt schnell kaputt. Ey, wieso probiert hier so komisch? Hey, wieso probiert hier so komisch? Oh, ja, ne Pfamm, das brauch ich. Ja, das Ding geht schon echt ab, Alter. Ich sag dir ehrlich, also, du machst damit auch Flächenschaden, ne? Das ist auch krank. Finski, hör auf auf mich zu schießen, ja? Boah. Finski dritt durch. Oh, ich hab ne Rotbump. Ne geile Rotbump. So, bist du da fast? Ja. Bro, das Ding ist so strong, Bro. Wirklich? Er wirkt aber süpsig. Ey, ich helf euch mal hier. Pili, Eisbanani. Eisbanani kriegt Hits. Eisbanani ist dead. Alle sind dead. Alle dead. So, weg mit euch. Hey, hier unten sind aber noch welche Leute. Das macht so viel Damage, ne? Das ist echt nicht mehr normal, ey. I love running. Ach, das sind die Bots. Ich würde das auch mal auf dieses Item jetzt machen. Hey. Ja? Natürlich. Boah. Weghoff sich bitte nicht den Skin von deinem Lieblings YouTuber. Hahaha. Ehre, Bro. Jetzt habe ich hier. Jetzt habe ich Gutes Inventar. Das brauche ich nur noch vielleicht. Spiel geht schon Tresor. Das war ja mal wieder klar. Wie sieht es eigentlich aus mit dem Kill-Duell? Machen wir das überhaupt noch? Äh, wie viele Kills? Wie viele Kills hast du denn, Finski? Äh, null. Äh, ich dachte, wir machen Kill-Duell. Ja, ich fange jetzt erst an, ist das Ding. Ich werde jetzt erst. Ach so, du fängst jetzt erst an. Ah, okay. Mein Gold wurde wieder resettet. Und, äh, was hast du gerade die ganze Runde gemacht, mäßig? Ähm, Grappler gesucht. Aha, Grappler und jetzt geht es ab oder was erst? Ja. Ah, okay. Das ist natürlich, äh, was ist das hier für eine Waffe? Äh, ein Ding. Ja, aber wirklich. Ab mit dem Grappler. Denkst du, du hast noch eine Chance? Natürlich, ich werde das noch gewinnen. Also du denkst, du machst jetzt noch acht Kills? Ah, acht Kills hast du. Ich hab sieben. Ich hab sieben. Ich hab sieben. Ich hab sieben. Lama, Lami, Lami. Moin, Lami. Tschüss, Lami. Boah, lass der Lama in Ruhe. Ne, der Lama stört jetzt. Boah, Finski hat sich verändert. Oh mein Gott, das bringt so viel Money, Alter. Zu OP. Können wir eins gegen eins machen, wenn dein Update fertig ist? Natürlich, na klar. Ja. Ja, Stani, ich will auch mal ein One-on-One gegen dich. Ich kann gut bauen. Ich will auch mal ein One-on-One gegen dich. Findest du, du hast gar keine Chance eins gegen eins? Ja, ich hab sogar in dein Chat geschrieben, am Anfang, als die Server down war und es nur ein privates Match oder so hat gesagt, ich bin ein Gegner für dich. Du bist ein Gegner für mich. Ja, natürlich. Was denkst du denn? Also ich wette sogar, dass du nicht mal eine Runde gegen mich gewinnen würdest. Du kannst halt diese krassen Nineties. Ja. Aber ich kann auch Nineties. Ja, aber du hast keinen Aim. Kann, ja, das vielleicht nicht. Trinand, dich hab ich schon tausendmal besiegt in Eins gegen Eins. Es macht keinen Sinn, noch mal gegen dich zu machen. Soll ich dich das tausend und erste Mal besiegen oder was? Ja, Spots oder? Ja, das ist ein Botz. Mod brauche ich, euer Mod brauche ich vielleicht einen noch. Einen noch, weil meine Mods sind immer nicht da, wenn ich streame. Das ist ein bisschen... Was machst du da schnell, wenn ich fallen darf? Botz killen. Botz killen. Botz killen. Brummi Bernd. Weg mit, Digga. Oh, der hat auch so einen Grubbler. Den brauch ich. Der hat denn da Musik an. Hast du Musik an hier, Finski? Nee. Hä? Was ist das los? Nein, rückzug, rückzug. Bei mir sind richtig viele. Was machst du denn mit der Musik da? Machst du jetzt hier DJ oder was? Ich bin das. Hä? Was für ne Musik? Hä? Was meinst du? Ja, da sind ein paar. Nicht nur ein paar. Bro, oh mein Gott. Die haben ein krasses Aim. Die werden jetzt pushen wahrscheinlich. Hä, was haben die für einen Alien? Check's auch nicht, Bro. Die haben God Aim. Deiner ist aber richtig wild. Ja, die pushen, die pushen, die pushen. Die war zurück, die war zurück, die war zurück. Ah, das zieh uns im Prost, ne? Wir brauchen diesen Highbrown, wir brauchen diesen Highbrown. Ja, ja. Das ist OP, das ist OP. Aber Bro, was haben die denn für Alien? Einer ist down. Äh, ich hab auch einen. Nein, stark, Bro. Einer ist white. Die haben's krasses Aim. Die haben's krasses Aim. Spy down. Okay, ich hab das letzte noch hier, ne? Hier liegt's Fluff. Easy. Niemand pusht uns. Let's go. Was denkt ihr, wer ihr seid, alter? Wieder belegt's Fluff. Wieder belegt's Fluff. Oh, hier neue Raketen. Oh, ist schon ein bisschen. Finski, du bist ja noch down. Ja, ja, hilf mir jetzt mal auf. Ja, das ist noch Finski. Nö, lass doch Finski down gehen. Aua, der arme. Stani hat sich verändert. Nein, wir helfen dir natürlich jetzt. Das seh ich. Du bist ja Ehrenfinski. Ah, du bist ja schon am Leben wieder. Oh mein Gott, wie viel Sniper Moon habe ich bitte gehabt? Ja, jetzt würde ich auf jeden Fall mal, dass du ein bisschen snipest. Äh, wie viele Kills, Stani? Ähm, wie viele hast du? Ich hab drei. Ähm, zwanzig. Ich hab acht, 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 acht. Okay, das ist nicht schlecht, Bro. Genau. Ich hab immer noch sieben. Also, du lügst auch nicht rum, dass du acht hast. Äh, du kannst ja nur ins Stream gucken. Dann wirst du sehen. Aha, also du bist dir sicher, ne? Ja, auf jeden Fall. Nupftikus. OP. Ey. Sag mal. Was soll das denn hier? Ey, irgendwie, Mann. Ich find das so... Ich muss... Ich will mal... Ja. Ich will mal Skincore Test machen, Alter. Naja, du kannst ja nächstes Mal SkinCop das bei uns mit, äh, dran teilnehmen. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ey, einer hat hier. Dave Knight hat die einzigste Laserwaffe von uns allen. Was hab ich? Bro, ich hab diesen Müll-Daketenwerfer. Ach so. Oh, ihr kommt welcher? Oh, die sind aufs Dach. Die sind aufs Dach. Die sind aufs Dach. Ah, das ist blöd. Ich geh aufs Dach. Ich geh auch. Zwei Leute aufs Dach. Ich muss aufs Dach kommen. Oh, mein Gott. Oh, er hat so... Er hat 138. Er ist so low. Bist du unten, Stani? Äh. Bro, die machen gottlos Damage. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Geh... Geh runter sonst, wenn du kannst. Was? Nein! Ich bin so dumm, Alter. Ich rutsche da aus. Bist du oben, oder was? Naja, ich geh weg, alles bitte. Ich geh weg. Ja, ich nehme Finskis Karte mit dem Haupt. Hier ist schon wieder... Action. Ey, D-Mix, wenn du das jetzt noch einmal schreibst, du bist so gebangt, Alter. Was hat der geschrieben? Okay, ich mach das. Hallo, was geht? Oh mein Gott. Ich bin dein größter Fan. Kannst du ständig von mir grüßen? Ey, aber wenn er dein größter Fan ist, wieso soll er mich denn, warum sollst du mich denn grüßen? Er schreibt kannst du Stani von mir. Also er schreibt von mir. Ja. 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 Weil ohne Finski werden wir die Runde, glaube ich, nicht mehr gewinnen. Nee. Weil du hast ja schon null Kills. Ja, ich glaube auch, ne? Finski, du hast ja echt schon null Kills. Das ist zu krank. Ja, das ist echt zu krank. Echt schade, dass dieser Grappler so schnell down geht irgendwie. Ja, das nervt übertrieben, ey. Ja, das ist krank. Ja, das ist krank. Du kannst damit gefühlt dreimal grappeln, dann war es das. Ja. Eigentlich finde ich gut, da ist jetzt ein blaues Schwert drin. Das finde ich echt geil. Ähm, wartet mal kurz, ich bin gleich wieder da. Tschüss kurz. Wie, wir beleben dich doch gerade wieder. Wir rebooten jetzt gerade hier. Finski ist einfach AFK. Ja, wir rebooten, der ist einfach weg. So. Hier sind zwei Striche, ne? Bei Jagdauftrag. Lass mal schauen, wo die hier sind. Hat jemand Waffen für mich? Nein, nicht für dich. Stani hat sich wirklich verändert. Wenn ich Waffen hätte, Finski, würde ich sie dir nicht geben. Ja, Stani. Boah. Stani hat sich gerade in einer Sekunde noch mehr verändert. Weißt du, warum ich mich verändert habe? Er ist in meinem Chat Standard-Skill. Was? Ist das ein Fake, ja? Ja, anscheinend er hat nicht das Profil wie du. Aber bei mir ist ein Gegner, ich kann Hilfe gebrochen. Aber vielleicht will man dir nicht helfen. Ja, Stani hat sich gerade wieder verändert. Oh, wir sind zwei. Einer ist one. Einer ist one. Nein. Ja, genau. Ja, genau. Oh, jetzt komme ich... Rene... 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 groß 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 eine reine ich helfe ich helfe nicht er bin es genauer zu schaffen mit dem killduell wohl will er das schaffen war noch zwölf kräftet und sind auch im berg jungs ich habe nicht mal eine pappt an wie soll ich das denn gewinnen die kämpfer so auf dem ding so um hat jemand hier jetzt kommt jetzt kann ich wieder nicht für dich schade mit so ein supporter von dir die kämpfer ist nervig auf dem berg die lege sind ja richtig krass erst mal rechts hier auf dem berg so bei der das noch hier wo sind ja alle auf dem berg oben ich bin aber kommt am berg nach hinten also ich könnte mich eigentlich warte polizei ein bisschen respekt zurückgegeben da ist kannst du runterkopf ich bin direkt am berg ja perfekt danke für die haben auf jeden fall jetzt respekt bekommen na ich dachte ich habe eben das ist geistig krank ja noch zufrieden ja ich werde mit dem gelasert ich werde mit dem gelasert ich werde mit dem gelasert ein bett ein bett ein bett warte ich komme zu dir das ist immer noch super lau ne hast du irgendwie weitläuft ich kann halten oder so hier ist O-Saft ey so die das ist echt was die haben das ist echt nicht mehr ne Wart die campen die haben Routine auch gut die treffen mich, Sniper, alles alter alter was haben die für bro hat der Warleck oder so er ist prefired einfach schon WTF was ist das denn bro er prefired einfach das letzte Team ne ja ah ich glaube das wird nichts die haben gott posi alter ok bro alter was haben die einer von den 105 stark ja ich kann nur den Grabler wir müssen ein bisschen hinter die kommen oder so wenns geht die ist noch ein Grabler bro ich kann hier aufs Werk gehen ich komm zu dir gott posi hier gott posi hier gott posi hier ahm wie den Heiko that's so nice der unten am Baum der da der da der da der da der da der da geht auf den links hat gute Hilfe der slow, der slow, der slow der ist reich, Nummer Nummer 3 schmalt hab ihn, hab ihn, hab ihn start, start rechts, rechts, lass dir rechts nehmen den so Leute einer war noch nie in meinem Chat starfasher 3.0 ist jetzt mod oh die wiederbelebenden glaube ich ja safe, safe, safe ist egal die haben beste posi die müssen die müssen die müssen wir müssen gleich fokus uns zusammen auf den fokus noch auf den die haben nicht so gute posi die können nicht gewinnen die können nicht gewinnen die können auch nicht gewinnen die können auch nicht gewinnen der hat wallhack oder so also 2 sind auf jeden Fall richtig slow einer kommt dich pushen Stani der ist jetzt slow nice ist auch einer tot die kommen euch alle so nicht pushen oben bleiben hier einer 3 schweiß nice hinter mir hinter mir let's go let's go Leute